Bitte noch mal laut sagen. Sag dir bitte noch mal, ich bin jetzt schon mal zu machen. Schöner ein Bier oder ist schon klar? Inseln, Lara, Claire... Okay. Okay. Deine Tippen sind die besten, wenn wir sehen. Und am besten war, dass sich hier da ein bisschen rauskommt. Ja, wir ballen und ich schwöre. Ja, ihr wartet. So was tut man hier halt? Ja, das kostet das nicht. Ja, das kostet das nicht. Ja, das kostet das nicht. Die Hage wird kalt. Ah ja. Insel. Geil. Juts. So. Und jetzt hier. Da können wir heute einsen. çi... Noch mal so ein bisschen Dann wär die Welt so schön. Alkohol. Das ist auch keine Lösung. Wir müssen jetzt bei mir schlafen. Alkohol ist keine Lösung. Nee, ist ein Derivat. Haben wir alle? Nein, Bruder Zenke brauchen wir noch. Bruder Zenke schläft mit dir. Ja, aber... Ey, wir brauchen die Platten. Krönung. Viel Speicherkapazität. Hitten ist Luft drauf. Vorne nicht. Voll rund, aber... Komplett! Hola que pasa muchacho, loco! Proco, loco! Was ich so machen? Guck mal. Ich glaub ich so. Was ist mal anu? Der Rest der Familie. Ey, kam's da Licht an. Damit uns... Die Mitmenschen der Polizei... Das kommt. Das ist Poesie. Das ist Poesie. Impo sein. Impo sein. Heinz Kieslund da davor heute. Ja. Ja. Platten. Hast du dein Schloss vorne? Guck mal hier. Bremst. Ah! Du hast ja lieber ein Fahrrad normalerweise. Wann hab ich? Normalerweise kein Fahrrad. Ist ja auch nicht meins. Man darf schon mal abplatten. Das ist ja sogar gemein. Ja. Ja. Wo hast du denn den Fahrrad eigentlich? Ich hab nicht gefunden. Siehst du nicht die Glocken? Siehst du nicht die Glocken? Siehst du nicht die Glocken? Streichelst du die Glocken? Streichelst du die Glocken? Streichelst du die Glocken? Ding-Dang-Dong. 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 Mann! Ich fühl mich beobachtet. Hör, Meister. Ich hab nur durch ein Licht. Das ist normal. Normalerweise hast du Licht am Rad. Aber... Hier! Na, guck. Blinken. Also, wenn ihr jetzt noch weitergeht mit diesem YouTube-Video... Ja, dann müsst ihr auch noch Fans anheuern. Warum ist dein Rucksack schon wieder offen? Hier, das mit eben. Ist der Rucksack alles offen hier, Alter. Und los! Wo wollt ihr jetzt hin? Naja, nach Hause. Achso. Kommst du mit, oder nicht? Ja, klar. Oder willst du in ein Auto fahren? Ich fahr Auto. Du Scheiße. Ich will hinfahren. Aber ihr könnt ja mal bitte ein metaphysisches Gespräch führen. Ja, klar. Du bist gerade einem Atombombenanschlag entkommen. Ja. Ein Stück. Wirklich. Ein Stück davon. Lauft man nicht so schnell. Ja, ne. Musst du schnell rückwärts laufen. Also, leider bin ich vorbestraft. Ein bisschen leid, ja. Die dürfen wir nicht mehr. Nachts doch. Nachts darf ich da rumlaufen. Lobelig, hoffelig. Ich bin nicht so nett. Die letzten Bilder. Ey, hast du nicht mehr zu trinken oder sowas, oder? Nee. Nichts mehr. Wir sind blank. So nett. So nett ist. Hilfe! Ich hab nur schwer zu trinken, Alter. Äh, äh, einen Platten angerufen. Das ist nett. Das wird sonst nicht. Das ist dumm. Ja. Nee. Donal, da sind sowieso ein paar Bilder dabei. Die, die sind, äh, außerhalb. Lieglicher. Normalerweise... Ey, mein Wiener hättest du mal filmen müssen. Donal, du bist heute... Aber guck mal, Donal, du hast rückwärts hier an der Zeit. Du bist noch mal, wie soll ich sagen, mit einem Anschlag entkommen. Jo. Und jetzt? Oh, jetzt musst du aber ran, ne? Oh, hier. Einmal frei urinieren. Urinieren. Geil. Die haben immer laute Musik an mir. Soll ich die abstützen, Mann? Komm, ich stütze dich ab. Und? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das Befinden? Dauert noch. Kommt gut, oder? Warum ist das denn so heller, deine Ommel? Und ihr habt hier Licht an. Oh, ihr meint nicht mit der Ommel. Oh, hier muss der Fässer. Irgendwie. Es war rein nah. Und? Warte, abschütteln. Geil. Jutsch. Tiere, Menschen und Doktoren, wenn du nachts geboren, krank und dann lebt, muss man erst leben. Ja. Oh, ey. Schönen Karten, Mann. Ich überleg aber noch, ob ein Donald überlebt oder nicht. Naja, mal gucken. Bis zur Alpen überlebt er. Der strebt ja heute überm Bett. In unserem Bett? Ey, ist doch okay, der Paparazzi kann das sein. Lauf mal nicht so schnell. Lauf mal nicht so schnell. Lauf mal nicht so schnell, ey. Die nächsten Autofahrer nämlich jetzt als Fan. Den kriegen wir hin. Der hupt. Fast bei jedem. Du hast einen Platten. Ja, ich weiß nicht immer. Und das ist nicht nur mein Fahrrad. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, wie das ist? Nee, Benzen. Benzen. Der hat sich ekel angehört. Der war feucht. Und groß. Der war ja schon eklig. Ja. So. Jetzt kann er mehr. Guck mal hier. Hat da hinten wohl ein Rad vor mir. Ein Radlader. Von hinten. Schön von hinten. Aber wenn die besoffen ist, ist ja unglaublich. Ja, ja. Ja. Alter. Aber du hättest mal die Schwestern sehen sollen. Die lagen heute wirklich. Wir haben Tittensuppe fotografiert vom Feinsten. Glaublich. Wenn ich heute morgen raus. Das erste Ort war. Szene. Meister Zengel. Kannhof. Zuck. Warte mal. Warte mal. Oh. Ey. Wenn die Darwin nach Hause wollen. Wie seh ich? Devin? Devin? Ja, doch. Ne. Ja, keinen Fall. Nach Hause bringen. Denn. Gebt jetzt Schmackes. Alter, der hat innerhalb von einer Minute zwei Liter. Oh, ein Liter. Komplett wirklich neu. Echt? Der hat den Glas genommen. Eiswürfel drin. Was für Leute. Ne machen. Ne mit. Ey, ich hab mich heute mit Ali unterhalten. Und sieht gut aus. Citygolf. Was ist Citygolf spielen? Nee, ist vorbei. Ist vorbei. Du, der ist schläger als kaputt. Aber das selbe ist mir auch passiert. Einfach nur. Ausgeholt. Puff. Kaputt. Na gut. Du bist rehabilitiert. Weißt du? Ja. Das hab ich heute. Ich hab nur einen Abschlag gemacht. Oder? Ihr habt aber nicht Citygolf gespielt, oder? Nee. Waldgolf. Nee, das ist ja langweilig. Citygolf ist geiler. Hättest du mal wie du da Citygolf gemacht. Waldgolf ist cool, aber ist korrekt. Ach, komm Boudou. Du. Dr. M. Na, dr. M. Pssst. Heise. Halt. Pssst. 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 Wie kannst du denn so krass machen? Pssst. Pssst. In der Nacht fliegt raus. Geile Weile war dabei! Ja, viele, wäre so. Ein Ähnlichen auf der Kausch. Abgeschmink, die kam ja nicht mehr raus. Ich kann sie sehen. Die Rohhaare? Die Rohhaare. Rothare, umso rostere Dach, umso feuchterer Keller. Guck, Rudu. Dann wüsst du nicht, dass Unterwäsche rosten kann. Bauen wir den. Feingriff. Schlipper, Eingriff. Alter, jetzt krieg ich langsam Angst hier. Ja, das sieht mir aus, ich wüs. Jetzt komm es an. Schau mal. Einfach nur mal dich bei euch. Ich weiß nicht, wo meine andere Frage ist. Ronald hat sich vorhin drüber aufgeregt, dass man im Rückplatz nicht filmen kann. Der macht das ja die ganze Zeit. Das hält der Freund da oben. Ja. Dumm. Wie gesagt, Tiere, Menschen sind kaum in der Nacht geboren. Kranken und nach Leben muss man erst nähnen. Zum Glück bin ich ja auch nicht krank. Und du, ich hab noch ein Bier zu Hause. Nein. Ich spring hier rum, tu und mach halt den Hup lieber. Nächstes Mal springt fort. Donald ist total nüchtern, wenn er hier im Bett liegt. Aber, hat nen schönen Po. Hat nen schönen Po. Drei. Ja. Also, die ne Alter, die ihre Schwestern haben. Ja, also, die beiden Zwillinge. Die haben sie ja gestritten. Ach so? Der war ja schon Frauenkampf. War ja auch heute Morgen schon. Ach du Scheiße. Also, die rote Haare und die schwarze Haare gestritten. Aber ordentlich. Die schwarze Haare fand ich ziemlich gut. Ja, die hätte auch ein Kind gehabt. 34 ist er. 34. Und die rote Haare ist 28. Ich will es vielleicht nachher hören, wenn wir jetzt bei mir ankommen. Die Kassiererarbeit. Nein. Nein, Howard Carpendale. Jetzt bin ich 34. Heute ordne ich in den Kopf. In den rumpflogenen Kopfhörn. In den rumpflogenen Kopfhörn. Uwe Seeler. Uwe Seeler. Das geht doch noch ein bisschen besser. Genau. Heute ordiniere ich in den Kopfflogenhörn. Und Uwe Seeler. Bisschen lauter. Du hast gekuckt. Du hast gekuckt. Aber hier, weg hier rum. Lass uns mal ein Stück schneller los. Lass uns nach dem Bus kommen. Komm mal. Komm gleich hinterher. Zack. vorbei. Na ernst, vorbei. Film läuft. Kamera ab. Achten. Ach so, ich hab da noch Licht hinten dran. Siehst du? Da unten. Von wem hast du denn das Fahrrad schon wieder? Das ist Benzensein. Schon wieder? Nee. Nicht schon wieder. Das muss noch Benzensein. Schon wieder von Benz. Erzählst du mal selber. Nein. Kelpty hat ein Schwarzes. Das ist Fokus. Kelpty ist Schwarz. Das ist Kulz. Das hört sich gefährlich an, Alter. Ich weiß nicht, warum ich geplatten hab. Donald wollte das restliche Stück laufen. Ich bin die Erinnerungsschlupf. Hier, nimm mal bitte meinen Rucksack. Das ist schwer. Kann ich nicht. Kann man denn Donald seine Arbeit betrachten? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Auf welchen hinter der Seite muss ich noch auf? Du musst schlafen, wollte man zum hinlegen. Nachti. Nachti. Während andere schlafen muss ich nach Hause. Du musst abbiegen, weil sonst läufst du in den Busch. Hätte ich mal machen sollen, aber ist gemein. Ja. Nee, macht man nicht. Nee. Das ist scheiße. Klar. Abheben. Hier hast du das. Es liegt hier wieder im Busch. Wie viele Fahrrad werden ich jetzt? Vierte? Vierte. Mann, ich hab den Fahrrad zusammeltreten. Ich hab deine EC-Karte wieder erfohlen. Das find ich schön. Ja. Und doch das schön. Surprise, surprise. Geil. Hier, meine Fans. Jetzt rupt es. Oh scheiße. Nein, nein, nein. Jetzt huft es. Jetzt kriegen wir. Jetzt? Jetzt kriegen wir den. Oh ey. Es blinkt ja auch noch. Dann fall ich vor die Polizei. Ja, der wär jetzt geil. Na, jetzt hängt er. Dann haben wir wieder zu viel trinken. Ja. Ja. Kann man für Scheiße nur mit einem Bolz. So ein Bolz beim machen, was? Na ja. Was macht Alkohol aus den Menschen? Ja. Er tötet. Du hast das mal gesehen, wie ich abbiegen. Ja. Aber ich darf jetzt auch 44 Mal sagen, sie hat geile Tippen. Ja. Jetzt einfach nur noch 43 Mal. Aber... Du hast ja mal zu geile Tippen. Oh. Du. Du. Da ist nicht Licht, Mann hier. Irgendwann ist das Ding aufgebraucht. Achso. Dann muss ich mal gucken, meine Bänder. Geilen Arsch. Geilen Arsch darf ich nicht mal sagen. Wie soll ich sagen? Dass wir zum ersten Mal mit Licht nach Hause fahren. Stimmt. Wir haben Licht.